Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Nittbeck. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind ja überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich geh dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Ich fange am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter.